Gefahrstoffe Gefahrstoffe können hochentzündlich, giftig, ätzend oder krebserzeugend sein, um nur die gefährlichsten Eigenschaften zu nennen. Gerade im Umgang mit solchen Stoffen sind umfassende Schutzmaßnahmen besonders wichtig. Die meisten Unfälle mit Gefahrstoffen beruhen auf Unkenntnis der speziellen Stoffeigenschaften. Deshalb empfiehlt es sich, ein Gefahrstoffverzeichnis zu führen. Darin werden alle im Betrieb verwendeten Gefahrstoffe und deren Eigenschaften aufgelistet. Bei der Erfassung vorhandener Gefahrstoffe sollten Sie grundsätzlich prüfen, ob diese durch weniger gefährliche Stoffe ersetzt werden können. Oh ja, das muss natürlich alles raus hier. Werner! Komm noch mal. Das muss bitte alles ins Regallager, ja? Hm. Na gut. Das geht natürlich auch nicht. Das schnappt gleich auf. Werner! Steht's hier. Das muss man auch machen. Wie die Beschäftigten mit Gefahrstoffen umgehen müssen, erfahren Sie in regelmäßigen Unterweisungen sowie anhand von Betriebsanweisungen. Das muss man auf, was die Gefahrstoffe aufnehmen. Das muss man auf den Weg durch. Und das muss man auch machen. Was ist hier eine Musiker? Das muss man auch machen.